Morgen! Ich habe heute gar kein Morgen zur Arbeit. Es ist Freitag und es ist Abend und wenn es... Waffen, dann sollen wir mal fünf mit, ich mache noch nichts. Nicht deine Hände arbeiten an! Wenn die ganzen Leute vergessen, die Pazzi, die macht niemals nicht gefällt. Ich? Hier, schau dir mal den Radio an! Wer macht denn die Pazzi im Büro? Bitte? Die Eva, die zwei Waffen hier? Die soll das zu fälligst machen. Bitte was? Ich? Ich nehme an! Tja, klärt das mit euch und du wachst euch. Ey, nein, da müssen wir alles selbst machen! Oh, noch so lange bis morgen Ende! Ja, 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 ja! Jetzt wird wieder in die Hölle Kölsch fort. Wir erst steuern das Socialprodukt. Wir laufen da. Sehr, schön. Ja, gut. Noch eine Stunde bis ihr Feierabend. Ja! Ja! Na ja! Du hast sie krüft, du hast sie krüft, außer seit ihr Kast. Tink, Tink, Tink! Wow. Whoa. Sieger, steig an das Wort und tot der Akkordung. Sieger, steig an das Wort. Sieger, steig an das Wort und tot der Akkordung. Sieger, steig an das Wort. Sieger, steig an das Wort. Sieger, steig an das Wort.